Sie suchen eine richtig schöne warme Daunendecke für den Winter? Dann empfehle ich Ihnen die Body Contour Dream, unsere Daunendecke mit der speziellen Körperkontursteppung. Die Kontursteppung passt sich optimal Ihrem Körper an und bietet Ihnen dadurch eine optimale Wärme und auch Gewichtsverteilung. Der Bezug ist aus einer extrem feinen Makobatisthülle mit einem Soft Finish Touch.